Der Arbeiterwohlfahrt 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 schreien, weil er nichts zu essen kriegt. Aber die Mutter hat sich schon zu helfen gewusst, schon alles klar. Ja, wie gesagt, von mir herzlich willkommen zur Kita nachher direkt, da verschwört er noch was. Ich habe aber noch eine Kleinigkeit, der Pieper hat es schon angefühlt. Aus dem Plusmarkt wird eine AWO-Kita. Es gab ja Stimmen in der Gemeindevertretung, die gesagt haben, in dieses dunkle Loch kann man doch keine Kinder stecken. Ich hoffe, wenn Sie nachher hier durchgehen, Sie werden erkennen, es ist kein dunkles Loch mehr. Es ist taghell, es ist nach Süden offen und aus meiner Sicht sehr, sehr schön geworden. Auch den Dank nochmal an die Architekten, an die Bauleute, die bis gestern noch Hecken gepflanzt haben, Hecken abgeschnitten haben und alles, was möglich war, noch gemacht haben. Ja, ich würde noch nicht mehr so viel, ich habe schon Sturmrunzeln bei vielen gesehen, so lange reden. Liebe Damen und Herren, werte Gäste, liebe Kinder und liebe Eltern, ich freue mich sehr, heute gemeinsam mit Ihnen hier die Eröffnung der Kita feiern zu können. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei all denjenigen zu bedanken, die dazu beigetragen haben, dass wir hier heute feiern können. Habt Dank, Ihr fleißigen Handwerker und helftenden Hände, die trotz allerlei unerwarteter Schwierigkeiten und Zeitdruck genau auf diesen Ort einrichten können, Ihnen das ermöglichen zu können. Und weil wir Ihnen diesen Ort nicht vorenthalten möchten, sind Sie alle recht herzlich eingeladen, um das Haus zu begehen und sich umzuschauen. Hallo liebe Kinder, sehr geehrte Damen und Herren aus der Politik und der Wirtschaft, liebe Handwerksbetriebe, die ja an diesem herrlichen Haus mitgebaut haben, liebe Freundinnen und Freunde der Arbeit der Wohlfahrt, es ist mir ein ganz besonderes Vergnügen, heute hier zu sein und Ihnen die Grüße des AWO Landesverbandes und natürlich auch die Grüße des AWO Bezirksverbandes Brandenburg-Ost zu übermitteln. In einer Zeit, wo andere Leute über Agenten und sonst welche Abhörgeschichten diskutieren, habt Ihr hier in dieser Gemeinde gezeigt, was gute Zusammenarbeit leisten kann. Ihr habt etwas geschaffen für die Kinder, für unsere Kinder, für die Kinder eurer Gemeinde. Und ich finde das ganz klasse und einen Riesenapplaus wert, dass AWO und Gemeinde hier ein unterschönes Haus, ein Kinderparadies geschaffen haben. Als AWO Bezirksverband kann ich wirklich so ganz aus meiner Erfahrung herausreden. Wir haben auch schon viele Häuser gebaut und jedes Mal, wenn man fertig ist mit Bauen, dann kommt noch die eine oder andere Idee, obwohl das Haus ganz toll und prima und fein gelungen ist. Aber ein Sahnehäubchen könnte man noch draufsetzen. Und meistens ist das nicht möglich. Wir wollen es möglich machen mit einer Spende des Bezirksverbandes für diese Kita, für die kleinen Extras, die ihr euch gewünscht habt. Alles Gute! Applaus Ich danke herzlich für die Bezirksverbande. Ich wünsche mir... Oh mein Gott, das ist so. Ah, zu spät. Das ist ein Gangkrieg. Wir haben auch schon die Momente von der Hundebauer geguckt, aber leider nicht gefunden. Trockenpulle. Und alle bitte gucken. Der ist gar knapp. Wenn man sind, bin ich gerne lieber. Da kann ich doch viel in der Hundebauer, oder? Man schmeißt halt doch nicht. Das ist ein Glaube. Das ist ein FurCHP. Das ist einfremium. Der ist einfach. Das ist etwasन genug. Vielen Dank.